Das sind wir, wie immer mit einem echten Fall, einem echten Urteil und dem echten Leben und natürlich mit allem, was uns dabei zum deutschen Rechtssystem einfällt. Aber heute ist trotzdem alles anders wie überall. Ihr seht es, auch unsere Welt ist nicht mehr die, die sie noch vor wenigen Wochen war. Wir sind getrennt von Tisch und Studio. Wir sind jeder bei sich zu Hause. Vielleicht habt ihr euch gewundert, dass wir Corona in der jüngsten Folge mit keinem Wort erwähnt haben. Das liegt daran, dass wir diese Folge in einer Zeit aufgenommen haben, in der dieses Virus uns noch nicht beherrscht hat. Ihr Lieben, wir haben es Kai Bender zu verdanken, dass wir überhaupt noch eine Folge produzieren können, nämlich die letzte der zweiten Staffel. Das war uns wichtig. Kai gehört normalerweise zu denjenigen, die hinter der Kamera stehen. Jetzt ist auch er zu Hause und macht aus unseren Home-Videos die Folge 10 von Verurteilt. Und noch was, bevor wir loslegen. Wir haben in den vergangenen Folgen immer wieder auf unsere Live-Shows am 23. April und am 21. Mai im Copper Room in Frankfurt hingewiesen, euch aufgefordert zu kommen und wir wollten euch wirklich so, so gerne treffen. Aber ihr könnt es euch denken, im Moment sieht es so aus, als könnten wir zumindest den ersten Termin nicht halten. Sobald wir klar sehen, sobald wir uns alle wieder näher kommen dürfen, wird es Ersatztermine geben. Also, die Tickets behalten auf jeden Fall ihre Gültigkeit. So, und das waren jetzt viele Worte zur Ausnahmesituation. Und jetzt, Basti, wünsche ich mir, dass wir, wenn auch unter wirklich deutlich erschwerten Bedingungen, einen weitgehend normalen Podcast machen. Wir sind allerdings mit einem sehr besonderen Fall, den wir immer wieder erwähnt haben in den beiden Staffeln. Und den wir uns für die letzte Folge auch auf Wunsch von Basti aufgehoben haben, der zweiten Staffel. Ja, ich wollte es gerade sagen. Also, Normalität, klar, will ich auch, ist ein bisschen schwierig in den heutigen Zeiten. Aber dieser Fall wird, glaube ich, nicht dafür sorgen, dass wir hier von Normalität sprechen können. Selbst für unsere Verhältnisse nicht. Hören wir es doch mal an, was da tatsächlich passiert ist. 2001 entmannt der sogenannte Kannibale von Rotenburg, Armin Meiwes, seinen Internetbekannten Bernd. Er filmt die Tat, portioniert das Fleisch, friert es ein und isst Teile davon. 2002 wird Meiwes verhaftet und zwei Jahre später in Kassel wegen Totschlags zu 8,5 Jahren Haft verurteilt. Doch der Bundesgerichtshof hebt das Urteil auf. 2006 verurteilt ihn das Landgericht Frankfurt wegen Mordes und Störungen der Totenruhe zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Das Urteil hält und der Kannibale von Rotenburg sitzt bis heute im Gefängnis. Im Oktober 2018 entscheidet das Oberlandesgericht Frankfurt, der Computertechniker ist noch immer gefährlich. Es kann ihm keine gute Sozialprognose gestellt werden. Ja, also ich glaube, das wird jeder mitgekriegt haben. Es gab ja immer mal wieder prominente Fälle, die habe ich nicht mitgekriegt oder ein oder andere Hörer nicht. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Fall, wo wir tatsächlich, das ist quasi der Hulk Hogan unter den Fällen. Das kennt jeder, da muss man nicht nachfragen. Ich probiere trotzdem so normal wie möglich an die Sache heranzugehen, wie ich es sonst immer mache. Und das in den letzten Folgen immer wieder gut funktioniert, war diese Chronologie. Wie genau ist das denn abgelaufen? Was war denn da das Erste von diesem ganzen Ablauf, was man mitbekommen hat? Also wahrscheinlich, wie die sich kennengelernt haben oder wie? Naja, jetzt im Nachhinein haben wir ja ganz schön viel mitbekommen, auch deshalb, weil der sogenannte Kannibale von Rotenburg, wir dürfen ihn auch beim Namen nennen, nämlich Armin Meiwes, ja, wie ich sagen würde, gerne über diese Tat spricht. Viel über diese Tat spricht, ausführlich über diese Tat spricht, es noch immer tut. Ich habe das Netz durchforstet, das liegt ja jetzt eine Weile schon zurück. Ich wollte mir diesen Fall auch nochmal in Erinnerung rufen. Also nicht, weil ich diese Abscheulichkeiten alle nochmal hören, lesen und mir zu Gemüte führen, ist vielleicht jetzt nicht so dolle formuliert in dem Fall. Aber weil ich mich mit ihm nochmal vertraut machen wollte, bin ich über ein relativ junges Video gestolpert, wo er im Gefängnis interviewt worden ist. Und es hat mich sofort daran erinnert, wie er im Prozess war, wie er das geschildert hat. Also um die Frage zu beantworten, ja, eigentlich ist alles mittlerweile bekannt. Okay, aber ganz ehrlich, das war eine meiner größten Fragen, die ich auf meinem improvisierten Zettel jetzt hier stehen habe. Ich habe so gehofft, dass er gesprochen hat, muss ich sagen. Weil es gibt ja oft die Sache, da frage ich dich so, was war das für ein Typ? Und dann sagst du, keine Ahnung, der hat nicht geredet. Aber dann beantwortet es auch schon meine... Kommen wir später zu, fangen wir von vorn an. Wie haben die beiden sich denn getroffen? Die haben sich im Internet kennengelernt. Also Bernd B., das spätere Opfer, und Armin Meiwes haben sich in einem Kannibalenforum kennengelernt. Und das sind noch Zeiten des Internets gewesen. Die waren nicht so wie heute. Das war ein bisschen mühsamer, dahin zu kommen. Aber offensichtlich ist es ihnen gelungen. Und wie ich damals gehört habe, wenn ich mich richtig entzinne, hat es damals schon 450 Leute, glaube ich, alleine bei uns gegeben, die sich in diesem oder anderen Kannibalenforen im Netz getummelt haben. Ich fürchte fast, es sind heute noch viel, viel mehr, weil es viel einfacher geworden ist. Wenn du sagst, bei uns 450, was heißt bei uns? Ich glaube, es war Deutschland. Aber ich will es jetzt nicht ganz beschwören, weil es liegt wirklich schon lange zurück. Wir dürfen nicht vergessen, die Tat war 2001. Und ich war ja im zweiten Prozess in Frankfurt. Und auch der liegt schon ein paar Jahre zurück. Gut, ich nehme mal schon mal vorweg, mein Fragezettel ist so voll wie noch nie. Also es gibt sowohl diese eine Seite, die wir immer bearbeiten, aber hier gibt es tatsächlich ganz, ganz viele Seiten, viele, viele Fragen zu ihm auch. Fangen wir mal, wie gesagt, weiter von vorne. Die haben sich in diesem Forum kennengelernt. Weiß man, wie er sich individuell, wie er individuell auf diese Tat hingearbeitet hat? Also wie ist der Ablauf? Wache ich morgens auf und denke, geil, ich würde jetzt jemanden fressen oder was? Nein, 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 nein. Der Weg dahin war offensichtlich ein sehr langer, der mit einer Schlachtung eines Tieres sozusagen in der bäuerlichen Hausgemeinschaft begonnen hat. So hat er das erzählt. Aha. Und da hat er, ich zitiere ihn wörtlich, ich habe mir all diese Sachen nochmal durchgelesen, ich war sehr fleißig, ich habe unglaublich viel in diesem Prozess mitgeschrieben und habe mir zum Glück alles aufgehoben und habe mir es jetzt alles nochmal durchgelesen. Also er hat gesagt, irgendwie, das habe er bei dieser Hausschlachtung festgestellt, bleibt das Tier doch in der bäuerlichen Gemeinschaft, wenn man es aufisst. Und das ist die ganze Idee dieser Tat und dieses Mannes. Das glaube ich ihm nicht. Weil was hat dieser Typ aus dem Forum mit dieser Hausgemeinschaft zu tun? Gar nichts, aber es geht... Warum will er, dass der Typ da bleibt? Nein, die Idee ist, ich finde jemanden so toll und esse ihn auf und damit bleibt er in mir. Ich nehme mal eine Frage des Vorsitzenden Richters, der in normalen Zeiten ja unser Telefonjoker ist. Liebe Grüße. Nämlich der Herr Drescher, der leider heute nicht dabei sein kann, was aber wirklich nur an den technischen Möglichkeiten, mit den technischen Möglichkeiten zusammenhängt, die wir heute haben. Sonst wäre er dabei und wir hätten ihn gerne, glaube ich, ein bisschen auch dazu gefragt, wie das so für ihn war. Aber der hat einen Satz gesagt in diesem Prozess. Er hat ihn nämlich gefragt, also wenn Sie doch wollen, dass dieser Mensch in Ihnen weiterlebt, dadurch, dass Sie ihn aufessen. Ja, warum haben Sie denn dann eigentlich nicht Herz und Hirn gegessen? Das hat er nämlich nicht gegessen. Und die Antwort darauf war, und vielleicht beschreibt das auch schon so ein bisschen diesen Menschen, jedenfalls, wie ich ihn wahrgenommen habe. Ich fand ihn nämlich ausgesprochen zynisch. Aber jeder hätte zu viel Angst gehabt, dass da Krankheiten drin seien. Ich verzeihe mir, wenn ich probiere, Zugang dazu zu finden. Es dauert aber länger als sonst. Also der Typ, war das sein erster Freund in diesem Forum oder hat er sich vorher schon mal mit anderen getroffen? Wie kann ich mir diese Szene überhaupt vorstellen? Also er hat sich mit anderen getroffen. Erstmal haben die sich da alle in diesem Forum getroffen. Genau. Und in diesem Forum hat er geschrieben, ich zitiere, Suche Jüngling zum Schlachten zwischen 18 und 25 Jahren. Möchtest du eine sinnvolle Verwertung deines Körpers erreichen? Das hat er geschrieben. Und genannt hat er sich eine abgewandelte Form von, ihr seht es mir nach, ich bin nicht humanistisch gebildet, Anthrophagus, der Menschenfresser. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig betont. So hat er sich, das war sein Name dort in diesem Forum. Und da hat er Kontakt aufgenommen. Ich bin tatsächlich sprachlos. Also okay, das heißt, in diesem Forum scheint es so zu sein, wenn ich mir, ich probiere mich jetzt tatsächlich mal da rein zu versetzen, egal ob es mir gelingt oder nicht. Das heißt, in diesem Forum gibt es Leute, das ist so wie Suche und Biete quasi. Das heißt, der eine will den einen essen, der andere will gegessen werden. Ja. Hat das auch eine sexuelle Struktur vielleicht zu sagen? Der eine ist eher Devote, der andere sehr dominant. Also ist das, spielt die Sexualität, ist tatsächlich sexuelle Erregung auch Teil dieses ganzen Prozesses? Oder ist das eher, ja, ich will, dass du hier bei mir bist so? Nein, das ist Teil des Ganzen und ich glaube, das ist auch Motivation des Ganzen. Also das ist ein großer Teil des Ganzen. Okay, und wie darf ich mir das dann vorstellen? Das heißt, okay, sagen wir mal so, die verabreden sich und die haben jetzt ein Date in ihrer Welt. Und sagen, ach cool, ich bin hier der Typ, ich suche einen Jüngling, du kommst jetzt zu mir auf meinen Hof, da haben wir schon gehört. Dieses Haus hat man auch, glaube ich, gut gesehen in den Medien. Also du hast schon dieses Haus gesehen und dieses Haus... So ein Echsenhaus war das. Ja genau, es gab auch schon so eine gewisse Merkwürdigkeit und so eine gewisse Atmosphäre, die, klar, wenn du es sowieso damit assoziierst, aber ich fand diese Bilder von diesem Haus natürlich, natürlich auch wegen dem Kontext, gruselig, aber der Typ fährt dann dahin. Ist der einmal nur dahin gefahren oder hat er sich vorbereitet? Also, Armin Malvis hat gesagt, ich möchte nur einen aufessen und ihn mir aufnehmen, also mir einverleiben, der mir sympathisch ist. Deswegen möchte ich den eigentlich eine Woche lang vorher kennenlernen. Okay, und das heißt, der hat eine Woche bei denen gewohnt oder was? Ja, so hat sich Malvis das vorgestellt, so war es aber nicht, sondern der ist angereist. Dann gab es so ein kurzes Geplänkel, der wollte eigentlich wieder abreisen. Das hat dann aber, ich weiß nicht, entweder hat Malvis ihn überredet oder er hat es sich anders überlegt. Das kriege ich aus Erinnerung nicht mehr richtig zusammen, aber jedenfalls spielte das alles an einem Tag. Nämlich an dem 9. März 2001, als er angekommen ist aus, der Mann kam ja aus Berlin, aus Berlin in Nordhessen ist das, ne? Ja, Rotenburg ist Nordhessen, oder? Oh, ich will keine Fehler machen und niemanden verärgern. Also, in Rotenburg am Bahnhof ist er angekommen oder wo auch immer, jedenfalls da waren sie, Wüstenfeld heißt glaube ich der Ort, wo sie dann hinsehen, wo das Haus steht. Es ist egal, sie sind jedenfalls an diesem Tag dahin und sind dann sofort zur Sache gekommen. Auch das hat Armin Maywes im Prozess, oder man muss ja sagen in zwei Prozessen, das war ja schon mal in Kassel verhandelt worden und dann in Frankfurt. Und jetzt, wie ich gesehen habe, noch mal in einem Interview sehr ausführlich geschildert, wie das alles so war. Ja, bitte, also, meine nächste Frage ist klar, wie war das? Also, der kommt dort an und du hast ja gesagt, die sind gleich zur Sache gekommen. Was bedeutet das denn? Was ist denn die Sache? Ich zitiere Armin Maywes. Bitte. Er fing gleich an, an mir rumzufummeln. Zu Hause hat er sich gleich ausgezogen, damit ich mein Essen bewundern kann. Also, den Mann. Vielleicht noch ein Gruseldetail vorher. Der Mann aus Berlin, dessen Vollnamen ich nicht nenne, der heißt Bernd und den Nachnamen lassen wir weg, weil dieser Mann ist das Opfer. Der hat auch Fotos vorher verlangt von den Szenen. Und das spielte auch immer wieder eine Rolle, dass er sich immer wieder hat von ihm wohl beißen lassen. Ich muss mal was dazu sagen. Es ist zum ersten Mal, dass ich diese Details öffentlich erzähle. Ich habe diesen ganzen Prozess über es nicht gemacht. Da habe ich immer alles in einem Satz zusammengefasst, weil ich verhindern wollte, dass irgendeiner das in irgendeiner Form erregend oder geil findet. Und das wollte ich nicht befördern. Aber jetzt sind wir in einem Podcast und haben erstens ein anderes Publikum und zweitens... Hoffentlich. Ja, ach doch, doch, wir haben Gute. Und zweitens, finde ich, jetzt darf man es auch mal erzählen. Ja, das habe ich hier auch stehen. Ich habe hier auch stehen und ich war sehr, sehr froh, dass du in diesem Prozess warst, weil ich hatte so Schiss vor dieser Folge, weil ich dachte, scheiße, 80% meiner Fragen werden nicht beantworten können, weil er nicht geredet hat und weil du vielleicht nicht alles mitbekommen hast. Das heißt, der Typ kommt an. Geh mir mal tatsächlich darauf ein, wenn du es noch nicht erzählen durftest, gehe ich davon aus, dass du dich jetzt freust, das zu tun. Der kommt da an. Der Typ guckt sich seine Zähne an. Der Typ knabbert an ihm rum. Der Typ zieht sich aus und sagt, hier, Digga, das ist quasi dein Essen gleich so. Na, also Maivis musste an ihm knabbern. Ja, ja, ich weiß. Nicht andersrum. Also, der wird dann angeknabbert, der zieht sich aus und sagt, hier, guck dich schon mal an, kannst schon mal testen, kannst schon mal reinknabbern so. Also, ich zitiere. Seine Vorstellung war, dass ihm das Fleisch lebend vor den Knochen gerissen wird. Für ihn war es das ultimative Glücksgefühl, wenn er bei lebendigem Leib verspeist wird. Ist das passiert? Bei lebendigem Leib verspeist? Nein, hat er dem jetzt einfach Fleischfetzen rausgebissen oder was? Nein, er hat ihn wohl gebissen, aber nicht so wie gewünscht. Na ja, also, wir können es ja mal spoilern, das ist ja eh bekannt. Am Ende hat er eben das Geschlechtsteil abgeschnitten. Oder wie soll man das formulieren? Ja, genau, das war genau das Detail, was ich auch noch im Kopf hatte, weil ich habe es so gut es geht verdrängt. Die haben sich ja angeblich zusammen an den Tisch gehockt und probiert zusammen, das Geschlechtsteil von dem Opfer zu essen. Waren sich dann aber auch über die Zubereitung irgendwie nicht einig. Soll ich zitieren? Also. Ja, bitte. Sie haben ihn amputiert. Dann wurde... Da muss ich einhacken, da muss ich einhacken, weil das... Komm, die Frage vergesse ich sonst. Weil eigentlich ist es in der Chronologie auch weiter vorher. Hat er sich vorher Werkzeug besorgt eigentlich? Hat er da so eine Art Werkstatt oder was? Also wie, weiß ich nicht genau, weil du kannst ja auch einen Menschen nicht... Hatte der? Also der war ausgerüstet quasi, okay. Das heißt, okay, die haben wirklich Werkzeuge parat gehabt, um zu sagen, so XY machen wir jetzt. Wir fangen mal mit deinem Geschlechtsteil an und schauen uns, schauen mal quasi als Vorspeise oder was. Nee, ich glaube, das war, das war... Naja, also ich meine, das ganze Ding hat ja eine sexuelle Komponente. Zumindest als Opfer dann aber nicht mehr zumindest... Für beide. Doch, doch, schon für beide. Das ist schon so. Und da gibt es auch, glaube ich, keinen Zweifel dran, dass es so ist. Ja, ich kann es auch nicht richtig nachvollziehen. Und in diesem Prozess, in dem ja viele Männer saßen, da hieß es immer, aber sie wissen doch als Mann, wie weh das tut und so. Ich weiß das als Frau nicht, aber ich habe es oft genug gehört, dass es... Kein Mann weiß, wie weh das tut. Gott sei Dank. Also, wenn dir einer das amputiert quasi. Okay, aber das hat stattgefunden. Die waren ausgerüstet? Ja. Professionell so. Dann haben die... Er sagt, aber es war ein bisschen Lust... Haben die den erst verarztet, weil der stirbt ja sonst. Ja, die haben ihn erst verarztet. Damit er quasi in der Lage ist, mitzuessen. Ja. Dann wurde das Teil gewaschen und blanchiert, in der Pfanne kurz angebraten. Das sind alles Zitate, das denke ich mir nicht aus. Und er sagt, dadurch, dass es zu frisch war, ist es zu schnell zusammengeschrumpft. Sorry. Okay, gut. Das heißt... Und war knochenhart. Man könnte auch auf die Idee kommen, dass männliche Geschlechtsteile aus Muskeln bestehen und dass das natürlich nicht weich wird. Ehrlich gesagt, wäre es auch, glaube ich, nicht das Erste, was ich essen würde. Das ist, glaube ich, nicht das Kästlichste von allen. Keine Ahnung. Vielleicht eher so ein Unterschenkel oder so. Gut, auf jeden Fall. Gut, aber in welchem Zustand war denn der Typ währenddessen? Weil der muss ja, wie gesagt... Weil normalerweise hast du ja eine Wunde und dann läufst du Gefahr zu verbluten. Ja. Wenn das nicht fachgerecht behandelt wird. Hatte er diese Kenntnis, um das zu verhindern? Also ich wüsste es jetzt nicht. Ich wüsste das Einzige, was ich kenne, ist aus dem Film. Ja, halt mal was da drauf. Wie ist das dann verstanden gegangen? Also sie haben ihn verbunden. Wie sie ihn jetzt genau verbunden haben, das weiß ich nicht. Aber sie haben ihn verbunden und das hat eine ganze Weile gehalten noch. Okay, das heißt, der war auf jeden Fall noch in einem guten Zustand und dann waren die quasi beide zusammen. Die saßen am Tisch gemeinsam. Genau. Und dann waren die beide enttäuscht, dass das nicht schmeckt. Und was ist dann passiert? Dann ist dem kalt geworden, dem Opfer. Klar, hoher Blutverlust. Und dann wollte er in die Badewanne. Und dann hat er sich, ich zitiere, im Wasser freute er sich, wie das Blut aus der offenen Wunde heraus spritzte wie ein Springbrunnen. Also der hat die Wunde aufgemacht, das weiß ich auch noch. Das hat er auch im Prozess sehr ausführlich erzählt, wie der dann da drin rumgewühlt hat. Der hat wo rumgewühlt? In der Wunde. Der Täter. Nein. Ach, er selber. Der fand das auch geil noch. Mir ist kalt, ich gehe jetzt in die Badewanne ab, mir ist nicht mehr kalt. Geil, ich habe hier so ein Ding, da spüre ich mal ein bisschen rum. Naja, also wenn es so ist, dass das ultimative Glücksgefühl für ihn bedeutet, geschlachtet und gefressen zu werden, ja, dann mag das vielleicht so sein. Ja, aber wenn man wirklich dann sich darauf einlässt, dann ist es ja fast schon zu wenig so. Also, keine Ahnung, dann sägt er nochmal einen Arm ab oder irgendwas. Also, das heißt, der lag da drin und war aber dann, der ist ja dann wahrscheinlich in immer kritischen Zustand geraten, weil es ist ja echt scheißegal, wo das Blut austritt, ob es in der Badewanne ist oder draußen. Also, das hilft ja nicht. Ja, also der war wohl Stunden in der Badewanne und, ähm. Dann ist aber nichts mehr passiert. Der ist da nicht nochmal gekommen und hat gesagt, hier, bevor du stirbst, will ich jetzt noch XY haben. Nein, nein, aber, naja, was heißt nichts mehr passiert? Das war ja die Verabredung. Also, ich meine, wir wissen ja alle, wo das Fleisch gefunden wurde, nämlich in den Tiefkühldruhen von Armin Maywes. Chronologisch, bitte. Gut, der Typ ist dann irgendwann gestorben, nehme ich an. Nee, der Typ saß, ja, irgendwann, also der saß in der Badewanne, hat ihn gerufen, wollte raus aus der Badewanne, ist dann wohl erstmal vor der Wanne bewusstlos zusammengebrochen, dann haben sie ihn wieder wach bekommen, dann hat er ihn ins Bett gelegt und hat zwei Decken über ihn gebracht. So, jetzt haben wir 2.30 Uhr. 10.14 Uhr ist er angekommen, ähm, 18.30 Uhr ging das alles los. Ja, jetzt ist 2.30 Uhr in der Nacht. Der ist oben im Bett unter zwei Decken, Armin Maywes ist unten in seinem Häuschen und sagt, er hätte dann ein Poltern gehört, sei dann hoch und die letzten Worte von Bern seien gewesen, er müsse pinkeln. Ja, gut, äh, und dann ist er, lag er da drauf. So, dann hat Armin Maywes zu ihm gesagt, äh, der soll das halt im Bett erledigen, es wäre doch egal, sei doch eh alles voller Blut. So, und jetzt wird es kritisch und das war dann auch wirklich wichtig fürs Gericht, weil da stand der Tisch, nämlich, also die Schlachtbank, glaube ich, nennt man sowas. Ähm, da hat er ihn dann hingelegt und, ähm, das Opfer hat wohl vorher zu ihm gesagt, ähm, ach so, übrigens, das ist alles gefilmt worden, ne, deswegen ist das mit den Beweisen auch relativ einfach. Es gibt ein 4-stündiges Video von allem. Da erinnere ich mich dran, da hatte ich mich mal quasi ein bisschen schockiert geäußert, weil sich das tatsächlich Cheffen auch anschauen müssen, gell? Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich kann mir das kaum anhören, ganz ehrlich, da würde ich, ich würde sagen, nee, Leute, ich bin krank, lass mich in Ruhe. Ja, das gibt's nur leider nicht. Gut, ich muss es ja nicht machen, gut. Der liegt jetzt auf der Schlachtbank, lebt aber noch. Der liegt auf der Schlachtbank und lebt noch, das sieht man auf den Videos. Armin Maywes hat immer gesagt, nee, da war er schon tot. Sag mir bitte nicht, dass du dieses Video gesehen hast. Nein, dass ich, also, und anders als die Cheffen, ich hätte ja rausgehen dürfen. Nein, 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 das hätte ich mir auch nie angeguckt. Also vielleicht, das schiebe ich mal kurz ein. Das war der Prozess, vor dem ich am allermeisten Angst hatte, weil ich gedacht habe, ey, da kann ich nie wieder schlafen, wenn ich das höre. Es war am Ende dann aber doch ganz anders, weil es so völlig über meine Vorstellungskraft hinausgeht. Ich kann, ich sehe da keine wirklichen Bilder, aber ich habe tatsächlich auch den Fehler mal gemacht, im Netz kursierten Bilder. Zwar nicht, also, zwar nicht die allerschlimmsten, aber die waren schon gruselig genug, weil man da Teile des Opfers sah, wie der die halt aufgehängt hat, wie in einem Schlachthaus. Und so ein Bild habe ich gesehen und das sind diese Bilder, die sollte man sich nicht einmal anschauen, also ich jedenfalls nicht, die vergisst man nicht wieder. Das ist, das war, das war furchtbar, aber der Prozess an sich, das ist so, wir haben das ja schon oft in unserem Podcast thematisiert, man rettet sich doch manchmal auch in, dass man drüber lacht. Ehrlich gesagt kann ich es gerade auch gar nicht anders, also bitte. Ja, es hat diesen Moment gegeben, wo der Vorsitzende Richter, unser Telefonjoker, gesagt hat, mitten in der Verhandlung, wir machen jetzt noch bis zur Penisamputation und dann machen wir Mittagspause. Das sind diese erlösenden Momente, aber das sind erlösende Momente, wo du mal lachen kannst. Geht ja auch nicht anders, was sollen die machen, also du kannst dir das hier nicht vorstellen, da kannst du nie mehr was essen. Nein, und es geht auch nicht darum, die Opfer zu verlachen, sondern es geht darum, damit klar zu kommen. Eben, weil ganz ehrlich, der muss sich ja noch intensiver damit beschäftigen als wir und die Schöpfen dann auch. So, du hast gerade schon ein bisschen was angespoilert, wollen wir mal probieren, in der Chronologie dahin zu kommen. Wie kam es denn dazu, dass der jetzt geschlachtet wurde? Der muss ja jetzt, wann ist er denn gestorben? Also einfach auf dieser Bank dann da. Naja, irgendwann nach 2.30 Uhr. Der lag aber auf dieser Bank noch. Naja, der lag, er ist gestorben, weil ihm Armin Meyves, ich zitiere, abgestochen hat. Ja, ja, manche, also der lag auf der Schlachtbank und er sagt ja so, Digga, geht eh bald zu Ende, ich fange jetzt mal an, dich zu portionieren, mäßig. Ja, nee, erst mal hat er ihn umgebracht. Ja, ja, aber gut, klar, aber du musst ja auch irgendwann... Also er hat ihm die Kehle durchgeschnitten. Ja, aber wenn du einen Huhn zubereiten willst, musst du ja auch erst mal töten. Das hat er mit ihm quasi gemacht. Dann ist er tot. So, was hat er dann gemacht? Dann hat er angefangen, ihn tatsächlich zu portionieren und da aufzuhängen, das, wie kann ich mir vorstellen, wie so, wie hier, keine Ahnung, im... Wie wir das von Steinehälften auch kennen. Genau, auf so Haar... Das heißt, er hat diese ganze Ausrüstung auch gehabt. Mhm. Merkt ihr jetzt schon mal meine Frage für später. Das kann ja kein Affekt sein. Nein. Nicht mal im Ansatz. Nein. Da gibt es keinen einzigen Moment, weil der Typ hat sich ja scheinbar jahrelang darauf vorbereitet. Ja. Weil du musst ja auch... Der Typ war ja auch kein Metzger, oder? War das Computer-Johnny, oder? Ja. Also, das heißt, er hat diese Fertigkeiten, muss er sich auch mal aneignen. Weil ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. Wenn ich mir jetzt sogar vornehmen würde, jemanden den Arm abzutrennen, glaube ich nicht, dass das so einfach ist. Ja, ich kann ehrlich, ich könnte ja nicht mal einem... Es gibt doch, wenn du Bluttesten gehst, da musst du doch hier im Mittelfinger... Ah, ja, 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 reinpiksen. Das kann ich auch nicht. Da kriegst du reingepikst. Das glaube ich nicht, mal das könnte ich. Nee, das geht tatsächlich ich auch nicht. Gut, das heißt, der Typ ist jetzt tot und wird gerade, weiß ich nicht, zubereitet? Nicht zubereitet, aber quasi... Wie nennt man das jetzt? Der wird quasi jetzt für die Lagerung vorbereitet. Was er immer genommen, glaube ich. Genau so. Und das heißt, er hat sich dann ein paar Teile... Ausgeweidet, heißt das doch, oder? Er hat sich dann ein paar Teile genommen, hat die in seinen Froster. Naja, der hat das erstes Fleisch abhängen lassen. Ja. Okay, gut. Und dann, das heißt, das Endprodukt von diesen ganzen unvorstellbaren Vorgängen ist, dass er einen gewissen Teil in seiner Tiefküttruhe von ihm hat und was ist mit dem Ausschussmaterial passiert, was normalerweise vielleicht in ein Fischstäbchen landet oder so? Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich kann so viel sagen. Jetzt wieder Zitat. Ich hatte vor, den Kopf auf dem Friedhof zu beerdigen. Ich habe es dann aber bei mir auf dem Grundstück gemacht. Kopf und Gebeine, Hände und Füße und so im feierlichen Rahmen auch beerdigt. Okay, gut. Dann wissen wir ja mal was mit dem... Also wir wissen jetzt quasi, wie der Körper verteilt ist. Ja. Jetzt muss ich mir hier unterstreichen, weil das hast du gerade gefragt, was er gegessen hat, dass ich es nicht vergesse und wiederfinde, wenn es kommt. Habe ich das gefragt? Ja. Er hat nämlich auch beschrieben, wie das Fleisch schmeckt. Ja. Doch, du hast vorhin gefragt, was man davon isst und was man als erstes isst. Ach so, ja. Als es um den gebratenen Penis ging. Und was hat er als erstes gegessen? Ich will nur das erste und das letzte. Ich will es jetzt gar nicht so detailliert wissen. Ich glaube, er hat nur einmal davon gegessen. Das war ein Stück aus dem Rücken. Aber ich erinnere mich, dass er dazu Rotwein getrunken hat und auch das feierlich gedeckt hatte. Und dass er gesagt hat, dass das Fleisch so ähnlich schmecken würde wie Schweinefleisch, nur etwas herber und etwas kräftiger. Vielen Dank für die Information an den Herrn. Auf jeden Fall, wie lange nach der Tat war diese Speisung? Also, das weiß ich nicht genau. Aber es kann ja nur, ich glaube, anderthalb Jahre später ist er festgenommen worden oder so. Das ist gut. Kann ja nur in dieser Zeit gewesen sein. Das leitet mich nämlich jetzt zu meiner abschließenden Frage, was den Herrn ist, diesen Vorgang betrifft. Wie kam das überhaupt raus? Also, ich meine, der ist ja da hingefahren. Vielleicht, keine Ahnung, da werden sich ja schon Leute gedacht. Ich weiß nicht genau, wie sein Umfeld war. Kommen wir vielleicht später auf diese beiden Typen einzeln nochmal sprechen. Aber das muss ja irgendwie, wenn ich jetzt irgendwo wegfahre, dann gibt es ja Leute, die denken, okay, der ist erstmal nicht da, kommt gerade aber auch nicht wieder, was da passiert. Also, wie, ist der vermisst gemeldet worden oder wieder was? Das weiß ich nicht genau. Aber rausgekommen, ich glaube nein. Denn rausgekommen ist es, weil er weitere Anzeigen geschaltet hat, sich mit weiteren Leuten getroffen hat und je Bernd hat wohl auch zu ihm gesagt, es würde, also er glaube nicht, dass er lange alleine im Tiefkühler bleiben würde, sondern dass er bald Gesellschaft bekommen würde. Also mit anderen Worten, dass er es wieder machen würde. Wie gesagt, es gibt von all diesen Sachen, gibt es ja auch die Videos und es gibt diese sehr, sehr, sehr ausführlichen Aussagen von Armin Meiwes. Also, ich habe, der hat, glaube ich, zwei oder drei Verhandlungstage lang ausgesagt. Der hat wirklich sehr, sehr ausführlich geschildert und der wirkte so, als erzähle er es auch gerne. Ja, die Frage habe ich auch immer im Titel stehen. Also, das heißt, ich kann mir das vorstellen, wie man das teilweise von Serienmördern kennt, die die Taten begehen und danach wirklich auch mit Freude diese Aufmerksamkeit genießen. Ich hatte den Eindruck, ja. Okay. Ich hatte den Eindruck, dass er auch, also, dass das auch so, also, der wirkt auch so ein bisschen Stolz. Ja, ja. Also, der beschreibt das ja auch, das hört man, glaube ich, schon auch an dem, was ich jetzt so zitiert habe. Ähm, der beschreibt das ja nicht, also... Ja, der hat zumindest scheinbar nicht so unglaublich schlechtes Gewissen, so. Ja. Also, der schämt sich ja dann auch nicht, wenn er sagt, ja, da habe ich mir so Rotwein aufgemacht und dann habe ich mich da hingesetzt und das so. Nein, im Gegenteil. Also, das ist ja wirklich so, das ist ja die allerextremste Form von Serienmördern, kennt man das auch. Die wollen vielleicht tatsächlich an einer gewissen Stelle Aufmerksamkeit, kriegen sie ja dann auch, wenn es in der Presse überall ist, dann kriegen die Aufmerksamkeit im Gefängnis, weil alle Leute was von ihnen wissen wollen. Wir kennen das, diese ganzen, und ich komme schon wieder zum 500. Mal in dieser Staffel, von den ganzen Dokus, die man auch so kennt, aus amerikanischen Doku-Serien teilweise, Ted Bundy. Diese ganzen, die erzählen ja wirklich mit Freude diesen Ermittlern und die Ermittler nehmen es auch mit Freude auf, weil man dann so ein bisschen das Gefühl hat, man kriegt dann ein bisschen Zugang in solche Gehirne, was wir alles nicht nachvollziehen können. Das scheint ja bei ihm auch so zu sein. Das heißt, das hier ist auf gar keinen Fall irgendwie so eine Tat, die in einer Extremsituation entstanden ist, sondern die hat sich wirklich, in der Biografie ist die aufgebaut worden. Ja. Der Klimax war jetzt dieses Ding. Ich habe es schon angedeutet, mal die Frage, fangen wir mal bei dem Opfer an. Was war das für ein Typ? Weiß man über den irgendwas? Warum ihn auch keiner vermisst hat? Nein, das weiß ich nicht. Also, nee. Das weiß ich nicht. Der wird sehr einsam gewesen sein. Kann man da. Also, was der beruflich gemacht hat, kam auch nicht irgendwie raus. So, keine Ahnung, der Lagerist. Doch, das meine ich war ein Ingenieur, wenn ich mich recht entsinne. Was? Gut, wir haben über die Community schon geredet. Die Zahlen hast du auch schon genannt. Dann probiere ich trotzdem mal eher wieder so diesen Blick auf diese Person zu kriegen. Was für, das heißt, über dieses Opfer weiß man nichts, dann gehen wir mal auf den Täter, weil über den weiß man scheinbar mehr. Kann man mal ein bisschen die Biografie von denen umreißen? Was ist das für ein Johnny? Der ist auf diesem Hof aufgewachsen, ist Computer Joe geworden, hat bei seinen Eltern gewohnt und so weiter. Kann ich mir was vorstellen? Also, der ist, der hat einen Bruder und der hat einen Vater, der die Mutter wohl früh verlassen hat. Und, ja, dann hat er in dieser bäuerlichen Gemeinschaft gelebt. Mit seinem Bruder und seiner Mutter? Mit seinem Bruder und seiner Mutter. Okay. Also, der Vater hat die Mutter, die herzkrank war, relativ früh verlassen. Dann ist auch noch der Bruder weggezogen und die Oma ist gestorben. Und dann kommt, glaube ich, was Wichtiges in seinem Leben, nämlich er sieht die Robinson Crusoe-Verfilmung. Das hat auch in dem Prozess immer wieder eine Rolle gespielt. Und dann das mit der Hausschlachtung, das habe ich ja schon erzählt. Okay, aber zusammenfassend für mich mal in meinen Kopf, der Typ ist sehr, sehr, also der ist nicht viel rausgekommen, oder? Der ist komplett bürgerlich. Der war bei der Bundeswehr, hat sich da vor zwölf Jahre verpflichtet. Dann hat er irgendwie die erste Freundin gehabt, alles sehr relativ normal, ist in Diskotheken gegangen, hat eine Ausbildung gemacht als PC-Servicetechniker. Dann hatten sie einen schweren Autounfall. Die Mutter ist schwer verletzt worden dabei. Das war, glaube ich, relativ schlimm für ihn. Dann hat er eine Ausbildung gemacht in einem Rechenzentrum. Und dann hat er sich, und das hat er immer so betont, die erste PC-Videokarte gekauft und hat angefangen, Bilder zu bearbeiten. Und er sagt, das hat mich an meine Kindheitsträume wieder erinnert. Warum auch immer hat er sich dann Pornohefte gekauft. Ich bin ja keine Psychologe, ich weiß nicht, ob da jetzt ein Zusammenhang besteht. Und er sagt, 1998 wäre es halt gewesen, da hätte er sich auf Bildersuche im Netz gemacht. Scheint eine Rolle gespielt zu haben. Und dann ist die Mutter gestürzt, ist bettlägerig geworden, ist gestorben. Er ist in diesem Haus geblieben. Und die Nachbarin hat ihn wohl verkuppeln wollen. Wo ist der Bruder? Wie bitte? Der Bruder? Der Bruder ist weggezogen. Und der Bruder distanziert sich auch von ihm. Gut, dazu kommen wir gleich. Der Bruder ist schon lange weg. Was hat die Nachbarin gesagt? Er ist, glaube ich, irgendwo nach Nordrhein-Westfalen gezogen oder ist dort geblieben. Ich glaube, die kamen aus Nordrhein-Westfalen, bevor sie nach Hessen gegangen sind. Und dann hat er erzählt, dann hat die Nachbarin ihn verkuppeln wollen. Und da sei er aber an seiner Ehrlichkeit gescheitert, weil dieser potenziellen Freundin, hat er wohl erzählt, er sei bisexuell. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen, das Bild sind immer die anderen. Also ich bin so ehrlich und sag der und dann geht die. Wirkt ja offensichtlich nicht aus, weil diese ganzen Sachen, die du gesagt hast, das lasse ich als Ursache nicht gelten. Weil da müsste ja jeder, der irgendwie, wo die Mutter mal einen schweren Unfall hat, wo das mal passiert ist, der auch Robin St. Crusoe gesehen hat. Also das reicht mir alles nicht aus. Nein, reicht nicht. Aber was ist deine Vermutung, welcher Punkt in der Biografie ist zumindest ansatzweise dafür tauglich, dass man so sich entwickelt? Weiß ich nicht. Weißt du auch nicht? Er sagt, kurz danach ist die Katze gestorben und dann hat er angefangen, sich mit Kannibalismus zu beschäftigen. Okay, klar so von wegen. Ah, Unfall, halte ich gerade noch so aus. Ah, die Katze ist tot. Scheiße, jetzt muss ich anfangen. Also sorry, lasse ich alles nicht gelten. Gab es Psychologen, die sich mit denen beschäftigt haben, die da vielleicht eine andere Antwort darauf haben? Ja, es gab Psychologen, die sich damit beschäftigt haben, die auch in diesem Prozess waren. Aber da ging es ja vor allen Dingen, da geht es ja nicht immer darum, wie ist jemand dazu geworden, sondern was hat es für Folgen, rechtliche Folgen. Also wie gefährlich ist der, müssen wir den für immer wegsperren. Und da habe ich gelernt, Kannibalismus ist nicht heilbar. Das ist eine Präferenz und die hast du oder die hast du nicht. Okay, gut, das lässt mich zumindest leicht beantwortet zurück. Ich habe jetzt noch zwei kleine Seitenfragen zu den Themen, die wir jetzt eben umrissen haben. Du hast es eben, die Bisexualität angesprochen. Ist das für Kannibalen ein Unterschied, ob die einen Mann oder eine Frau essen? Das weiß ich nicht. Okay, gut. Hätte ja sein können, dass da irgendwas rausgekommen ist. Und was ich wirklich gerne wissen würde noch rund um diese Tat und um diese Biografie, was sagen denn bitte, also beziehungsweise die Mutter ist vorher gestorben, oder was? Ja. Das heißt, wer ist denn von seinen Verwandten noch übrig? Ich glaube, es ist der Bruder noch übrig. Und was sagt der denn dazu? Also wie ist das denn? Der guckt dann irgendwann, hat er irgendwann Fernsehen geschaut oder wusste er das vorher? Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beantworten. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass der Bruder in diesem Prozess ausgesagt hat. Ich würde daraus schließen, dass der Witt von seinem Zeugnis für Weigerungsrecht Gebrauch gemacht hat. Du musst ja nicht gegen deinen eigenen Bruder aussagen. Da gehe ich mal stark von aus, weil der kommt nirgends vor. Ja, aber es ist vielleicht auch gut so für ihn, ganz ehrlich. Der kommt an einer Stelle vor und da ging es um einen Film oder ein Buch, wo er gesagt hat, da werden unsere Persönlichkeitsrechte betroffen. Also hier auch der Verwandtschaft und ich will nicht, dass das in der Öffentlichkeit, also dass ich in der Öffentlichkeit damit in Verbindung gebracht werde. Ja gut, kann man auch verstehen. Das heißt, irgendwelche Äußerungen von anderen Leuten, die können auch nicht zur Aufklärung beitragen, dass man sagt, hier, der war früher schon nicht ganz dicht oder so. Es ist schwierig tatsächlich rauszufinden. Ich glaube tatsächlich aber, die Suche nach dem Warum und Wie muss man auch aufgeben. Weil ich glaube tatsächlich, wie die Taten überschreitet auch die Sozialisation solcher Dinge einfach die Vorstellungskraft. Ich glaube tatsächlich, selbst wenn mir das jetzt einer erzählen würde, wie und was und ich könnte wahrscheinlich irgendwie 24 Stunden dem sein Leben verfolgen, würde ich es trotzdem nicht verstehen. Wahrscheinlich ist das einfach so fern. Für die ist es nicht so. Kommen wir mal ein bisschen wieder in diesen Verurteilmodus. Also lass mich noch einen Gedanken dazu sagen, weil das fällt mir gerade ein, das fällt mir öfter bei so Fällen auf. Dieser Armin Meiwes, wenn du den da so siehst und wenn du ihm auch so zuhörst, kannst du schon, wenn man jetzt mal diesen ganzen kannibalen Kram weglässt, wenn man das mal ausblendet, dann kam ich schon auf die Idee, hier sitzt eigentlich so ein ganz bürgerlicher Typ vor mir, dem so bestimmte Sachen wichtig sind. Und das ist mir schon öfter in so Prozessen, gerade in so schweren, schweren Straftaten wie Mord aufgefallen, dass das immer Leute sind, die zum Beispiel immer ihre Bürgersteige kehren oder immer so aufgeräumte Häuser haben und auch so einen Wert drauflegen und das auch so betonen. Also zum Beispiel, ja auf dem Zettel habe ich nämlich noch so ein Zitat stehen, die dann auch, die so eine seltsame Vorstellung auch von Moral haben oder ihre eigene Ethik entwickeln oder wie immer man das nennen mag. Also zum Beispiel hat er gesagt, nach dem Abtrennen des Schädels von Bern habe ich ihn neben mich auf den Tisch gestellt, er wollte doch immer dabei sein. Also da wird so getan, als sei man so altruistisch, weil der wollte das doch und nur deswegen habe ich das getan, ja. Und dahinter stecken gruselige Dinge doch eigentlich. Das ist mir bei diesem Menschen auch so aufgefallen. Was meinst du mit dahinter stecken gruselige Dinge? Naja, der hat einen ermordet. Ja, ja, okay, ich habe jetzt einen anderen. Und schneidet ihm den Kopf ab und stellt den Schädel da neben sich. Ja, ich habe den Zusammenhang mit Straßekernen noch nicht ganz herstellen können. Das heißt aber... Ich will damit sagen, die haben so ihre eigenen Moralvorstellungen, nee, nicht ihre eigenen, aber die halten sich so an Moralvorstellungen fest. Und man, 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 ich bin da so, ich, da bin ich völlig erstaunt und konsterniert und denke, was, ihr habt alles gebrochen, was man nur brechen kann. Das Schlimmste getan. Und ihr betont jetzt, dass ihr die Straße kehrt oder den Schädel da ordentlich hinstellt, weil der wollte es doch. Ich glaube, das ist dieser Schutzmechanismus, dieser Schutzmechanismus, ganz ehrlich, wenn ich es nicht aushalte, wie muss eigentlich das Gehirn von ihm selber, was für Mechanismen müssen da greifen, dass er sich nicht klar macht, was für ein, und sorry, mein Lieber, kranker Johnny du bist. Das muss sich ja irgendwie, der muss ja leben, sonst knallt das Gehirn ja durch. Und dann wird er wahrscheinlich so, ja gut, ich habe das gemacht, aber ich habe die Straße gekehrt, dann habe ich den Kopf dahin gestellt, ich bin sowieso, und dann meine Katze ist gestorben, und meine Mutter hat einen Unfall, und dann war ich hier, und dann habe ich, äh, 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 so. Ich glaube, das ist dieses, was, im ganz Kleinen kennt man es ja von sich selber, zu denken, okay, manchmal erlaubt man sich auch mehr, als man anderen erlaubt, und bla. Aber das ist ja hier in diesem Kontext völligst absurd. Also das ist, ich kann das gar nicht greifen. Gibt es noch irgendwelche Sachen, weil du hast ja, wie gesagt, schon mit Freude gesagt, du kannst jetzt alles erzählen. Gibt es noch irgendwas, was nicht rausgekommen ist, wegen meinen Fragen, was du sagst, okay, das war eine heftige Nummer, weil mein Ziel ist es jetzt eigentlich, zum Urteil zu kommen, aber ich will, dass du alles raushaust, was vorm Urteil noch ist, was dich irgendwie interessiert. Nein, nein, also, nein, wie gesagt, ich habe ja, ich hatte ja mal ursprünglich vor, nie, nie, auch nur einen Detail aus diesem Fall zu erzählen, jetzt habe ich es gebrauchen, ähm, jetzt ist es auch mal raus. Tut es dir gut? Ach ja, weil, ich habe das schon in meinem Beraten. Also so ein bisschen, ja, weil ich schätze es mir gar nicht so einfach vor, wenn du quasi das als Gerichtsreporterin filtern musst, und sagst, okay, wie kriege ich jetzt diese unfassbaren Sachen, die ich selber kaum irgendwie verhackstücken kann, wie kriege ich die jetzt so hin, dass die Leute draußen nicht durchdrehen, aber gleichzeitig hast du ja diese Information, die du nicht rauslässt. Das ist ja wie, wenn du einem Kumpel unbedingt was erzählen willst, und dann aber auch nicht alles erzählen kannst, und dann irgendwie so, na, keine Ahnung, so. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das tatsächlich auch für dich in deiner Karriere eines der interessant merkwürdigsten Dinge war, oder? Ja, 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 das, ja, und wie. Nee, gut, ich habe ja noch die Kollegen Gerichtsreporter, die da auch waren, und die dasselbe Bedürfnis haben wie ich. Die wollen ja auch darüber reden. Und, ja, das ist so, ich habe in meinem privaten Umfeld niemanden, dem ich das erzählen kann, weil die wollen das nicht wissen. Hätten wir uns damals schon gekannt, wären uns vielleicht beiden geholfen gewesen. Nein, ähm, wie, 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 du hast gerade die anderen Gerichtsreporter erwähnt, wie, wie, wie war eigentlich die Stimmung rund um diese Prozesse, kommen wir ja gleich zu. Das ist, war das auch was anderes, oder gibt es da tatsächlich auch Kollegen, die das einfach denken, ja gut, ich höre mir das jetzt an, dann schreibe ich drüber und gehe wieder nach Hause. Das war Ausnahmezustand, oder? Ja, finde ich, hatte schon den Eindruck. Und das war ja so, wir hatten ja in Frankfurt den zweiten Prozess, in erster Instanz, das haben wir ja vorhin auch gehört, ist er ja in Kassel nur wegen Totschlags beurteilt worden. Genau, wollen wir dazu kommen, oder willst du noch, weil dann würde ich jetzt tatsächlich mit den Urteilen anfangen. Ja. Okay, also das heißt, das kam raus durch diese, weil er es nochmal machen wollte. Die Ermittler haben den dann irgendwann gefunden, und der scheint ja tatsächlich jetzt auch nicht so einer zu sein, der es vertuschen wollte. Der ist angezeigt worden. Von? Irgendeinem aus diesem Forum. Okay, okay, gut, und dann fährt die Polizei dahin und sagt, hier folgende Information haben wir. Dann fährt die Polizei dahin und guckt sich das an und ist entsetzt. Das haben wir echt vergessen, sorry, das tut mir leid, lieber Jörg, wir haben eigentlich das in der Chronologie vergessen. Wir können jetzt eigentlich nicht von der Verhaftung gerecht zum Urteil kommen, weil wir den Rest dazwischen ja schon besprochen haben. Aber ganz kurz will ich es trotzdem wissen. Also das heißt, der ist angezeigt worden, Polizei fährt dann, das ist ja für die Polizei jetzt auch nichts Normales, zu denken, ach guck mal, wir haben ja wieder einen. Ja, ist auch nichts Normales. Ich habe ja gesagt, ich habe Gott sei Dank so ordentlich aufgeschrieben. Sehr gut. Und ich habe mir auch aufgeschrieben und aufgehoben, was der Polizist, der als allererster am Tatort war, gesagt hat. Der hat nämlich gesagt, er wollte es überhaupt nicht glauben, dass es Menschenfleisch ist, was er da vorfindet in den Tiefkühldruhen. Und auch nicht, dass da ein Mann einen anderen geschlachtet hat. Ich glaube, das drückt es auch so ein bisschen aus, was du die ganze Zeit sagst. Wie kann man nur? Und der aber auch schon gesagt hat, Armin Meiwes hätte das am nächsten Tag alles sofort erzählt. Er wirkte so, Zitat, als sei er froh, dass er jemandem die Geschichte erzählen konnte. Und er hat die Tat so geschildert, als lese er seinem Sohn eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Ich hatte den Eindruck, als sei er stolz auf das, was er gemacht hat. Das haben wir schon etabliert, das haben wir schon etabliert tatsächlich. Das ist dieses, ich glaube tatsächlich, dass hier ein ganz großer Faktor in dieser Ursachenforschung immer bei Aufmerksamkeit liegt. Ich glaube, Aufmerksamkeit ist in allen Lebensbereichen für einen selber, ich glaube, das ist tatsächlich. Ich glaube, wenn du ein extremes Verlangen nach Aufmerksamkeit hast und einen extremen Mangel an Aufmerksamkeit vielleicht auch hast, durch irgendwelche biografischen Entwicklungen, dass das solche Ausmaße annehmen kann, ist hier für mich der Peak, was ich jemals gehört habe. Aber Basti, da wird man doch nicht so ein Kannibal. Ja, aber scheinbar schon. Irgendwas muss ja mit dem sein. Also dieser Mechanismus, dass er unbedingt dem Typ das erzählt, spricht ja zumindest in anderen Sätzen für meine These, will jetzt aber auch gar nicht zu sehr in meine, ich sitze ja in meinem Wohnzimmer, nicht in meiner küchenpsychologischen Abteilung hier. Das heißt, diese ganze Verhaftung und diese Ermittlungen, die waren ja dann eigentlich auch easygoing so. Die mussten ja nichts nachweisen, oder? Nein, also ja, kriminalistisch mag das so sein, aber auch die Polizisten mussten sich vier Stunden Video angucken. Also überleg mal. Aber ich meine, ja klar, also unabhängig davon, ob das für die Polizisten schwer ist, rein untersuchungstechnisch war es easygoing. Ja. Videos, Aussage, alles easy. Es gab keine widersprüchlichen Sachen, wie wir es sonst immer kennen, sondern die Nummer ist klar. Naja, widersprüchlich ist die rechtliche Auffassung, aber ich glaube, da werden wir ja dann noch dazu kommen. Genau. Der Rest ist klar, aber deswegen hacke ich da so drauf rum. Vier Stunden Video heißt eben nicht nur anschauen, sondern du hörst das ja auch. Der schreit doch auf dem Video. Also, wenn wir jetzt mal an unsere Schöffen denken, also ich würde mal sagen und hoffen, der kluge Schöffer hat die Augen geschlossen und hat so getan, als guckt er hin. Ohren zugemacht. Ja, aber wie? Kann sich ja nicht die Ohren zuhalten. Das geht ja nicht. Also, die haben sich ja diese Videos in nicht öffentlicher Hauptverhandlung angeguckt. Das heißt, das Publikum ist logischerweise ausgeschlossen worden. Oder ich muss mal sagen, ich war total dankbar, weil da musste ich diese Frage überhaupt nicht beantworten. Ja, und kann der Richter dann nicht zu den Schöffen sagen, hier Leute, die Nummer ist eh klar, wir brauchen jetzt nicht eure Expertise. Weil was bringt das? Ja, kann er sagen, aber das geht doch nicht. Warum? Weil der Verteidiger doch mit im Gerichtssaal sitzt. Ach, der ist auch da drin, oder was? Ja, da kann er doch nicht, also, da freut sich doch der Verteidiger. Kann man da nicht mit dem Verteidiger auch mal sprechen und sagen, hier, komm, also, wir wissen doch, also, da gab es ja jetzt nichts mehr zu klären, wirklich, oder? Doch, diesen rechtlichen Kram und dafür musstest du das Video angucken, weil du musstest ja gucken, hat er noch gelebt, wie ist das abgelaufen? Okay, gut. Hat er ihn wirklich dauernd dazu aufgefordert, spielt das überhaupt eine Rolle, dass er ihn dazu aufgefordert hat? Das ist ja die große Frage. Die große Frage an diesem Fall ist doch, der andere wollte es doch. Genau, dann lass uns jetzt mal wirklich wieder in den Verurteiltmodus kommen. Wir haben ja jetzt probiert, so gut wie möglich, sei uns verziehen, wenn das nicht an allen Ecken komplett irgendwie strukturiert geklappt hat, weil meine Gedanken und deine Gedanken auch bei solchen kranken Sachen echt irgendwie manchmal ausfaden. Lassen wir uns das doch, jetzt kommt so ein unglaublicher Vorgang, der da stattgefunden hat, der sich scheinbar wirklich in der ganzen Sozialisation aufgebaut hat und dann da drin geendet ist, dass der Typ den geschlachtet und gegessen und portioniert hat. Das Ding landet jetzt tatsächlich in einem juristischen System. Ich kann mir vorstellen, allzu viele Mechanismen hat unser, also ganz allzu viel Instrumentarium, gibt es doch hoffentlich nicht, weil eigentlich sind doch Gesetze immer dazu da, zu sagen, okay, man bestraft irgendwas, was stattgefunden hat. Also jedes Gesetz hat ja eine Geschichte. Wie ist das denn? Gibt es da überhaupt Paragrafen, so zu sagen, du darfst auf gar keinen Fall jemand essen? Naja, also das steht nirgends, du darfst kein Essen, aber es steht natürlich, du darfst kein Töten. Genau, also das heißt, wir landen hier tatsächlich bei unserer Frage, die wir auch öfter schon hatten, Mord oder Totschlag. Oder Tötung auf Verlangen. Das ist ja auch nicht erlaubt, beziehungsweise damals wahrscheinlich nicht. Aber Tötung auf Verlangen ist die Höchststrafe fünf Jahre. Totschlag ist die Höchststrafe 15 Jahre. Mord gibt es nur eine Strafe, es ist lebenslang. Also es spielt eine richtige Rolle. Ja, aber jetzt habe ich wirklich eine Frage, was schließt denn hier Mord nach Verlangen aus? Weil eigentlich war es das ja. Tötung auf Verlangen. Also Tötung nach Verlangen, ja genau, sorry. Was das ausschließt, naja, sagen wir mal andersrum. Einen Mord habe ich ja immer dann, wenn ich sozusagen einen qualifizierten Totschlag habe. Also jemand bringt einen anderen absichtlich um und erfüllt dabei mindestens ein Mordmerkmal. Dann bin ich weg vom Totschlag. Deswegen müssen wir uns, glaube ich, hier die Frage stellen, Tötung auf Verlangen oder Totschlag respektive Mord. Und diese Frage, dafür musst du dir angucken, so habe ich diesen ganzen Fall verstanden, warum, was ist handlungsleitend? Ja, also warum hat er den getötet? Hat er den getötet, weil der getötet werden wollte oder hat er ihn getötet, weil er es geil fand? Beides. Und was ist aber handlungsleitend? Er hätte den ja, aber man muss ja ganz, also jetzt mal ganz kurz, der musste ja nicht viel machen, um den zu töten. Der Typ hat auf jeden Fall ja scheinbar diese Vorstellung gehabt. Also es ist ja nicht, der hat den ja nicht gegen seinen Willen getötet eigentlich, oder nicht? Das war doch klar. Der Typ kann ja nicht denken, geil, er isst mich jetzt, oh, warum bin ich jetzt tot? Sondern der wusste ja, warum er da hinfährt. Ja, und das hat er ja auch gesagt. Er hat gesagt, dass er da bei ihm in der Tiefkühltruhe leben wolle. Der hat gesagt, ich will dich nicht in die Pfanne hauen, sondern du sollst mich in die Pfanne hauen. Und lauter so Zeugs. Ja, witzig, ne? Ja, er war gut, aber warum ist das dann keine Tötung auf Verlangen? Warum sagen die, nee, das ist es nicht? Weil der hat ja erst mal Totschlag gekriegt in Kassel. Der Bundesgerichtshof hat dazu gesagt, als er das Kasseler Urteil aufgehoben hat, es ist keine Tötung auf Verlangen, weil das Tötungsverlangen des Opfers nicht handlungsleitend, also nicht ausschlaggebend war, sondern die Befriedigung des eigenen Geschlechtstriebes. Und das ist eindeutig ein Mordmerkmal. Okay, das heißt, Sie haben das abgewogen. So quasi, wie viel, wie viel, also sagen wir mal, ja, dummer Vergleich jetzt, sorry, aber wie viel Cola ist in der Spezi? Mehr Fanta, mehr Cola, bla, bla, bla. Und da ist halt einfach mehr Verlangen auf der Seite von ihm, als das der Wunsch von ihm ist quasi. Also das Pendel hat, die Waage hat quasi eher zu diesem Herrn Maybers ausgeschlagen, als das andere. Weil es muss ja möglich sein, es hätte ja auch sein können, dass der andere denen sagt, ey, bitte, 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 ich will unbedingt gegessen werden und der andere ist völlig überfordert und macht das dann. Ja, das hat der andere ja auch gesagt, der wollte das ja auch. Ja, aber scheinbar haben die ja gesagt, dass das nicht so stark war wie der Auslebung des Triebes von dem einen. Das war nicht entscheidend, dass er ihn umgebracht hat, dass der das wollte. Das heißt ja aber, nee, was ich damit ausdrücken wollte, sehr kompliziert, habe ich es jetzt getan, dass es auch Szenarien gibt, wo das eben nicht der Fall ist, sondern wo das entscheidend ist. Was der andere will. Genau. Ja, zum Beispiel, der klassische Fall ist doch, würde ich mal denken, jemand ist schwer krank. Genau, und sagt hier, bitte, Digga, ich weiß, das ist scheiße für dich, aber bitte knall mich auf. Und der sagt, bitte, bitte, bitte. Ja, gut. Kasseler Urteil, das hast du gerade schon angesprochen. Was war das denn überhaupt, das Kasseler Urteil? Das Kasseler Urteil waren achteinhalb Jahre. Totschlag? Ja. Weil? Kein Mord, haben die gesagt. Nochmal, weil? Weißt du, das muss man begründet haben, zu sagen, okay, das war kein Mord, weil, wie gesagt. Also der Bundesgerichtshof hat den vorgeworfen, ja, ihr habt zwar darüber nachgedacht, dass es zur Befriedigung des Geschlechtstriebes ist, aber am Ende habt ihr es doch verneint. Naja, am Ende haben die hier deine Spezimischung halt anders gesehen. Okay, gut. Und das hat, wer hat jetzt hier dann irgendwie gesagt, nee, das Urteil gefällt mir nicht? Die Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft hat dann gesagt, okay, wir gehen weiter. Die Staatsanwaltschaft hat beim Bundesgerichtshof Revision eingelegt und der Bundesgerichtshof hat gesagt, ja, wird neu verhandelt. Und weil das ja eine Mordanklage war, kannst du es nicht überall verhandeln. Das heißt, du musst zu einer Schwurgerichtskammer und weil in Kassel es eben nur eine gibt, haben sie sich ein anderes Gericht ausgesucht. Es war eine große Diskussion, warum es nicht in Fulda verhandelt worden ist. Die Verteidiger haben gesagt, das wäre willkürlich gewesen vom Bundesgerichtshof, es nach Frankfurt zu verweisen. Ich weiß jetzt nicht, wo da die Willkür ist, keine Ahnung. Gut für uns, weil so konntest du dabei sein. So ist es. Okay, das heißt, es wurde neu verhandelt und was war dann die endgültige? Mord. Wie hat er sich eigentlich verhalten? Hat er sich geärgert? Also wollte er auch aktiv da irgendwie gegen angehen oder war das einfach, da hat es mir auch gar geguckt, passiert mal. Ja, er hat dem Bundesgerichtshof vorgeworfen, dass er die Menschenwürde missachten würde. Dass er nämlich insofern, das ist auch spannend, insofern die Menschenwürde missachtet, als dass er nicht ernst nehme, was Bernd wollte. Nämlich von ihm getötet und gegessen zu werden. Dass er eine Missachtung der Menschenwürde. Ich tue mich schwer, das zu sagen, aber der hat ja schon einen Punkt. Ich finde trotzdem, kannst du mir, vielleicht kann ich es gleich nochmal anführen. Warum ist der jetzt zum Mord verurteilt worden und wie wurde das begründet? Weil er zwei Mordmerkmale erfüllt hat. Befriedigung des Geschlechtstriebs und als zweiten, wie heißt das jetzt? Und als zweites, diesen hier, da sind wir nämlich bei dem, das hatten wir doch schon mal, dem beschimpfenden Unfug, also... Ja, aber das ist ja mit dieser Totenruhe, das, oder? Genau, die Störung der Totenruhe zur Begehung einer anderen Straftat, so ist es. Das ist das zweite Mordmerkmal. Ermöglichung einer Straftat, jetzt habe ich es. Eine Ermöglichung einer Straftat. Also der hat sein Opfer getötet. Ah, okay, 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 genau, der hat die getötet, um das dann nachzumachen, weil er die dann in den Froster getan hat. Ja, genau. Ach so. Das ist das zweite Mordmerkmal. Ermöglichung einer Straftat. Boah, das ist aber schon ein bisschen konstruiert, ne? Nein, wieso denn? Weil ich ganz ehrlich die Portionierung dann nicht mehr so schlimm finde. Also, das darfst du doch nicht machen. Natürlich darfst du es nicht machen, aber... Das haben wir doch, das haben wir doch hier langsam überfahren. Ja, natürlich, aber wenn ich jetzt jemanden absichtlich mit dem Auto überfahre und kotze dann auch auf die Straße, natürlich darf ich nicht auf die Straße kotzen, aber das ist doch viel schlimmer, dass ich den überfahren habe. Also, ich finde trotzdem, dass das das Mordmerkmal ist, finde ich krass. Stopp. Das finde ich einen ganz falschen Vergleich, weil er hat ihn umgebracht, um ihn zu zerteilen und zu essen. Und das ist die Störung der Totenruhe. Das verletzt das Pietätsgefühl der Allgemeinheit, der Verwandten, das verletzt extrem die Menschenwürde. Ja, ich kann dem schon folgen. Der endet nicht mit dem Tod. Ich kann dem schon folgen, mir fehlt es aber trotzdem, weil für mich hört es sich tatsächlich jetzt so an, als hätte der andere das gar nicht gewollt. Das stimmt ja aber nicht. Das wird ja nirgendwo berücksichtigt, also, wäre der genauso verurteilt worden, hätte der das einfach mit einem wehrlosen Menschen gemacht und hätte den bei sich eingesperrt und hätte das auch so gemacht. Kannst du ja auch machen. Ich kann jetzt aus die Straße rausgehen, mir einen in die Wohnung zerren und diese ganzen Sachen auch machen. Wo spiegelt sich denn juristisch und in den Urteilen wieder, dass der Typ nicht von der Straße gezerrt wurde, sondern freiwillig hingefahren ist? Ich kann es beantworten. Pam. Weil er nicht die besondere Schwere der Schuld bekommen hat, die von der Staatsanwaltschaft beantragt. Sehr gut. Das ist, dafür war der Grund, dass das Opfer eingewilligt hatte. Okay, damit kann ich jetzt zumindest leben, dass das beurteilt, wie ist das endgültig, genau das ist lebenslängig weg quasi. Und... Ja, ja, nein, der hat ja einen Antrag gestellt nach 15 Jahren. Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wir haben ja gelernt, lebenslängig heißt nicht lebenslängig, sondern jeder soll die Chance kriegen, ist ja auch richtig. Dann nach der gewissen Zeit neu beurteilt zu werden hier, wie hat er sich entwickelt, wie hat er sich gemacht, bereut er das, hat er die Tat aufgearbeitet. Sehr interessante Frage. Hat er das getan? Weiß der mittlerweile, dass er nicht ganz sauber ist? Oder sitzt er da und denkt, ach, das war noch Zeit? Du brauchst ja zwei Gutachten, die dir bescheinigen, dass du nicht mehr gefährlich bist für die Allgemeinheit. Bevor entschieden werden kann, dass der Rest deiner Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird. Und er hat diese Gutachten nicht bekommen. Sprich, der gilt nach wie vor als gefährlich. Sprich, der sitzt immer noch ein. Und heißt auch, der Antrag ist abgelehnt worden. Hätte ich mir auch kein Szenario vorstellen können, in dem das anders ist. Wir haben es ja schon gesagt, wenn das irgendwie, das hat man oder hat man nicht. Das hat der Sachverständige gesagt und das war so ein, der war von der Charité in Berlin, den fand ich eigentlich ganz beeindruckend. Und hatte den Eindruck, der hat wirklich Ahnung. Das ist alles so unglaublich unvorstellbar. Der sitzt ja jetzt schon eine Weile im Gefängnis. Du hast gesagt, du hast jetzt auch im Nachhinein ein bisschen geguckt, was so, da brauchen Videos auf. Gibt es außer irgendwelche Kamerateams? Gibt es, weiß man, ob es Leute gibt, die den tatsächlich besuchen? Ist der jetzt? Weil ich ganz ehrlich, als ich ein bisschen kleiner war, gab es den berühmten Mörder Dieter Zurweme oder so ein Kram. Der hier durch Deutschland spaziert ist. So ein kleiner Zwerg, der irgendwie wahllos Leute umgebracht hat. Der hat plötzliche Heiratsanträge gekriegt. Ist dieser Typ jetzt ein Star in diesen Bereichen? Also ist das quasi der... Bestimmt. Also jedenfalls in diesem Foren damals hat er sich auch seiner Tat wohl gerühmt. So fiel das hier auf. So ist das ja jemandem aufgefallen. Ich glaube ehrlich gesagt schon, weil das ist immer so. Komischerweise ist das immer so. Es finden sich immer Menschen, die irgendwie toll finden und ihnen mindestens Briefe in den Knast. Schreiben, wenn ich Gabe suchen. Aber jetzt, wenn wir mal den Resozialisierungsgedanken ernst nehmen, warum denn auch nicht? Okay, er teilt meine Meinung nicht. Nein, das teile ich nicht, was ich jetzt tatsächlich auch wieder... Heute, sorry, sehr konfuser Fall, aber ich finde es interessant eigentlich auch nochmal zu hören. Weil ich habe es ja gesagt, der Mord und der ist jetzt weg. Wir hören uns jetzt mal den Staatsanwalt, hören wir jetzt mal an, der auch nochmal begründet, warum das eben nicht so ist, wie ich mir das am Anfang vorgestellt habe. Das hat keinen Zweifel daran gelassen, dass derjenige, der einen Menschen tötet, um einen derartig ungeheuerlichen Tabubruch zu verwirklichen, sich des Mordes schuldig macht. Der Angeklagte hat das Leben eines anderen Menschen seiner Geschlechtslust untergeordnet, weshalb seine Tat auch insofern als besonders verwerflich anzusehen ist. Ja, ich kann es auch tatsächlich, diese Gedanken, die ich hatte, die habe ich auch wieder verworfen. Ich kann es tatsächlich nachvollziehen im Sinne von, der hat ja dann tatsächlich auch eine Schwäche von dem anderen ausgenutzt. Das ist ja wie, wenn du keine Ahnung, du kannst ja auch ein Kind töten, weil du stärker bist. Und du kannst ihn quasi töten, weil er vielleicht dir geistig unterlegen ist im Sinne von, ich will mich essen lassen, ist ja auch kein normaler Zustand. Also er nutzt das ja schon aus für sein Dings, das kann ich komplett nachvollziehen. Wer es nicht nachvollziehen kann, der ist natürlich naturgemäß der Verteidiger. Hören wir uns das auch noch an und dann darfst du. Wir haben im Plädoyer lang und ausführlich dargelegt, dass nach unserer Auffassung hier die Besonderheit vorliegt, zwei Menschen treffen sich, es gibt eine Einwilligung, es gibt Einverständnis, es gibt nach unserer Auffassung auch ein Bestimmen zur Tat durch den Herrn Brandes. Und das kann man nicht als Mord werten. Gut, sorry, ich hatte dich, der Verteidiger hatte dich jetzt unterbrochen, ich schiebe es einfach auf ihn. Du wolltest gerade noch was anmerken? Ja, ich fand das so gut. Das hat mich damals sehr beeindruckt in dem Frankfurter Urteil, dass nämlich genau das gesagt wurde. Ein Staat muss solche Menschen schützen. Der Typ, der sagt, ich biete mich an und hier, soll ich mal vorlesen, wie die Anzeige von ihm lautete. Bitte, bitte. Überschrift, your dinner. Ich biete mich an, mich von euch bei lebendigem Leib verspeisen zu lassen. Wer das wirklich will, braucht ein echtes Opfer. Dieser Mensch ist krank. Und der Vorsitzende Richter, das fand ich so gut, hat in der mündlichen Urteilsbegründung viel Zeit dafür verwendet, zu sagen, warum ein Staat genau diese Menschen schützen muss und du nicht hergehen kannst und sagen kannst, nee, andersrum, und du selber erkennst doch auch, dass er krank ist. Jeder erkennt das, dass dieser Mensch krank ist. Sonst würde er sich nämlich nicht aufessen lassen wollen. Das ist eine Krankheit. Und das darf ich nicht ausnutzen und dann sagen, der wollte es doch. Und das hat mir gut gefallen. Aber was dieser Fall natürlich sehr zeigt, wir betonen ja immer, Justiz und Moral sind zwei unterschiedliche Sachen. Und hier kommt das ja zusammen. Hier treffen sich ja Moral und Recht. Wir könnten ja auch sagen, okay, die stehen halt auf sowas, wir finden es doof. Was hat denn da die Justiz zu suchen? Nein, 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 da muss es ja tatsächlich auch Grenzen geben, weil du kannst ja immer Menschen in Ausnahmesituationen bringen, wo die dann Sachen denken. Ganz ehrlich, ich denke auch manchmal, dass die Sachen... Da muss die Menschenwürde geschützt werden. Ich finde, das ist das Entscheidende. Und deswegen finde ich es auch absurd, wenn er sagt, dem seine Menschenwürde wird vom Bundesgerichtshof missachtet, weil der wollte das doch. Und das kann man doch bitte schön mal ernst nehmen. Und wenn ich das nicht ernst nehme, dann handle ich gegen dessen Menschenwürde. Nee, ich finde, andersrum wird ein Schuh draus. Einen Menschen zu töten, es nimmt ihm genau diese Würde. Ja, ich kann da, kann, will da auch gar nicht widersprechen. Ich bin tatsächlich fast so erleichtert wie nie, dass ich dir jetzt meine Standardfrage stellen kann, hast du noch was, was du unbedingt erzählen willst zu diesem Fall, weil ich bin fix und fertig. Nein, das war mir wirklich wichtig, das mit der Menschenwürde und dass sich das da so trifft. Und wir ja immer doch betonen, Vorsicht, Moral, lassen wir mal draußen. Die Justiz ist nicht dafür zuständig, aber manchmal eben doch. Ja, gut, es gibt auch Grenzen, ja tatsächlich. Also, dass Menschen nicht geschäftsfähig sind, die sagen, bitte esse mich auf. Das sollte, glaube ich, tatsächlich Konsens sein in allen Bereichen. Egal, ob juristisch, gesellschaftlich oder perspektivisch. Ja, man kann das doch auch runterbrechen auf, man darf halt keinen töten. Wozu auch immer. Auch nicht, um ihn aufzuessen. Das ist fast ein Satz für eine neue Folge. Man darf keinen töten, sehe ich nämlich nicht so. Hm? Wenn mich einer töten will, dann töte ich ihn lieber zuerst. Okay, Notwehr. Aber hier, das machen wir dann ein anderer Mal. Lassen wir das bitte. Ich habe keine Kapazitäten gerade mehr. Corona und hier, Kannibalen. Ich bin tatsächlich am Limit. Ich würde jetzt, wenn du es mir erlaubst, einfach in den Zuschauerraum gehen. Machen wir. Zuschauerraum. Ja, und da haben wir mal wieder von Premium-Hörerin Zambrine eine Frage bekommen. Liebe, liebe Grüße. Auch mal wieder eine Frage von mir. Wenn es eh schon, also es bezieht sich auf den Stalker-Fall, den wir hatten. Der hat auch sehr, sehr viel cooles Feedback gegeben. Vielen, vielen Dank. Also es scheint sehr, sehr viele Leute beschäftigt zu haben. Mich auch im Nachhinein tatsächlich noch ein bisschen. Da kamen viele Fragen zu rein. Wir haben jetzt mal exemplarisch diese genommen. Weil ich das in der Sendung auch schon mal so ein bisschen angerissen habe. Dabei irgendwie kamen wir da nicht weiter. Wenn es eh schon Kontaktverbot gibt, quasi. Also von sagen, hier, bla bla, du darfst dem nicht nähern. Muss dann nicht das Gesetz bei Übertretung viel schneller greifen? Das ist nämlich genau das, was ich mich gefragt habe. Da ist jemand, der belästigt jemanden über zwölf Jahre. Wenn der schon Kontaktverbot hat, müsste der doch eigentlich viel schneller und viel, ja, viel, viel, ja, fällt jetzt kein Adjektiv ein, aber viel straffer in die Justiz reingezogen werden können. Also es müsste viel schneller greifen, also. Ja, klare Antwort, ja. Müsste, war ja auch die Kritik, also, wie gesagt, ich habe selten eine Urteilsbegründung gehört, die so derartig eine Juristen- und Polizeischelte war wie diese. Das kommt nicht so häufig vor und ich fand völlig berechtigt. Ja, man hätte, das hätte greifen müssen. Unbedingt. Das ist vielleicht auch noch ein guter Nachklapp, dass du das nochmal betonst, dass das eben nicht die Regel ist, sondern es mit Sicherheit auch Fälle gibt, wo das viel besser gehandelt wird von Polizei und Staatsanwaltschaft. Das hoffen wir mal für alle Opfer. Sehr gut. Dann kommen wir noch zu dem, du hast es am Anfang schon gesagt, ich will es jetzt hier auch nochmal abschließend sagen. Wie gesagt, verurteilt live am 23.04. und 21.05. Wissen wir alle nicht. Wir beiden, die Letzten, die es wissen, wir werden die Entwicklung abwarten müssen. Hoffen, dass ihr in der Zeit Spaß mit unseren alten Folgen habt. Die aktuelle Staffel läuft auch aktuell noch im Fernsehen. Das heißt, ihr könnt euch das freitags, so keine Ahnung, 23.45 bis 0.15 fängt es immer ungefähr an, also Freitagnacht, könnt euch das reinziehen. Wir werden aber euch auf jeden Fall auf unseren sozialen Kanälen auf dem Laufenden halten, was mit diesen Live-Shows passiert. Ihr werdet das mitkriegen. Wie gesagt, wie da die Abläufe sind, Verschiebungstermine, bla bla. Es steht alles noch in den Sternen. In den Sternen steht leider auch noch, glaube ich, wie es weitergeht mit Staffel 3, oder Heike? Ja, liebe Freunde, das war die Staffel 2. Wir wollen auf jeden Fall wiederkommen, Basti, oder? Ey, bitte. Lieber heute als morgen. Gerade jetzt. Ja. Leute, ich bin sicher, wir kommen auch wieder. Aber wir müssen ein bisschen Rücksicht nehmen auf all unsere Chefs, die am Ende darüber bestimmen, weil die sind im Moment mit dem Krisenmanagement beschäftigt und damit einen Sendebetrieb noch aufrecht zu erhalten. Wir werden nicht übersehen. Wir werden euch nicht vergessen. Und ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, wir kommen wieder, wir können euch leider nur nicht jetzt, und das hatten wir eigentlich vorher, sagen, wann es der Fall sein wird. Aber ich hoffe, ganz bald. Und so lange bleibt ihr bitte mit uns in Kontakt über... Twitter, Hashtag Verurteilt, Instagram, habt ihr uns auch angeschrieben, und Oldschool Moldschool, verurteilt, hr.de. Genau, ich lese das, was ihr schreibt. Und ich antworte. Dann ein letztes, dabei, dabei, nach Corona-Deutschland. Macht's gut. Liebe Grüße, bleibt zu Hause und gesund. Jawohl. Wir haben euch sehr lieb alle. Ciao. Tschüss. Verurteilt. Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020